Wer von Ihnen meint, dass das Glas voll ist? Schon voll? Also was? Glauben Sie nichts. Und? Ich möchte, dass Sie dieses Glas hier als Ihr Leben ansehen. Die Golfbilde sind darin die wichtigen Dinge Ihres Lebens. All die Dinge, die mit einer positiven Leidenschaft besetzt sind. Die kleinen blauen Steine sind alle anderen Sachen. Die Arbeit, das Haus und der Sand, die ganz kleinen Kleinigkeiten und unwichtigen Dinge des Lebens. Und was ist mit dem Bier? Das wusste ich, dass Sie das fragen würden. Aber liegt die einfach doch auf der Hand. Egal, wie schwierig das Leben ist, für ein Bierchen ist immer noch Platz. doses zu einem Jahr. Bis zum nächsten Mal.